Ich bitte darum, dass du mir hilfst zu sprechen und uns hilfst zu hören. Ja, ich möchte noch ein bisschen Zeit nehmen, um über das Thema Propheten zu reden. Wir haben gelesen, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wir haben gelesen, dass die Kirche aufgrund der Apostel und Propheten mit den Prorokern, Epheser 2, Vers 20. Und wir verstehen, dass das auch auf die Dienste bezieht, von denen Paulus redet, zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4. Im Epheser 4 sagt Paulus, dass der Herr Gaben gegeben hat an den Leib. 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, als Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und in 2, 20 sagt er eben, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. 2, Kapitel 2, Vers 20. Wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Also ich möchte festhalten, dass Apostel und Propheten einen Dienst haben, Grundlagen für die Gemeinde zu geben. Die anderen Dienste haben auch wichtige Funktionen. Aber die beiden Dienste haben eine Funktion von Grundlage. Über Apostel haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und ich möchte ein bisschen über Propheten sprechen. Bevor ich das tue, möchte ich eine wichtige Unterscheidung machen. Und zwar zwischen Prophezeien auf der einen Seite und Propheten auf der anderen Seite. Natürlich prophezeit ein Prophet. Ein Koch kocht. Ein Prophet prophezeit. Aber meine Frau kocht auch. Aber sie ist kein Koch. Es kocht, mein Sohn kocht auch. Der ist auch kein Koch. Und ich sage euch noch was. Ich koche auch. Und ich bin auch kein Koch. Und wisst ihr was? Ihr prophezeit auch. Ihr seid keine Propheten. Ah. Und wisst ihr was? Gottes Wort sagt, ihr dürft prophezeiten. Und ihr sollt prophezeiten. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch. Dass ihr prophetisch redet. Ihr alle. Wer ist ihr alle? Wer seid ihr alle? Wer seid ihr alle? Oh, Paulus. 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 Das ist aber gefährlich. No, это все-таки опасно. Paulus sagt. Paulus sagt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn wir Gläubigen erlauben. Wenn wir Gläubigen auch erlauben, aufzustehen und zu gehen. Das ist gefährlich. Als mein Sohn anfing zu laufen, das war gefährlich. Er konnte fallen. Wenn mein Sohn anfing zu laufen, das war gefährlich. Das war gefährlich. Weil ich ihn aus der Zeit lade. Paulus sagt tatsächlich. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch. Dass ihr prophetisch redet. Er sagt, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch. Dass ihr prophetisch redet. Und er sagt, hindert die prophetische Rede nicht. Und er sagt, nicht препятствуйте Prorочеству, oder языкам. In 1. Thessalonicher 5 sagt er das. 1. Thessalonicher 5, Vers 20. Er sagt, ob das in 20 Stich. Warte mal. Was ist das? Nein. Nein. Das war das nicht. Wo war denn das? Hundert. Egal. Auf jeden Fall sagt er hier, Weissagung verachtet nicht. Das war die andere Stelle. Er sagt, dass ihr nicht umaliertes Prorочество. Prüft, aber alles. Das Gute haltet fest. Alles проверiert. Alles Gute halten. Alles Gute halten. Okay. Ich möchte jetzt nicht über Prophetie an sich lehren. Ich möchte nicht über Prophetie an sich lehren. Das wäre ein Extraseminar. Wie können wir prophetisch reden? Das wäre ein отдельes Seminar. Wie können wir Prophetisch reden? Ich möchte bloß sagen, jeder Gläubige soll auf die Stimme Gottes hören, für sich selbst. Und jeder darf auch und soll auch prophetisch reden. Zur Auferbauung, zur Ermutigung, zum Prost. Dadurch, dass du ab und zu mal prophetisch redest, bist du kein Prophet. Amen. Jeder kann von Gott gebraucht werden. Und wir sollen das lernen, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und uns gegenseitig aufzubauen. Und, so сказать, s двух сторон, чтобы это все строилось und созидалось. Ein Prophet ist aber jemand, der von Gott berufen ist in den Dienst eines Propheten. Der von Gott trainiert wurde. Wo diese Gabe sich geformt hat und ausgebildet hat. Und das Verständnis, was das Ganze soll. Und dann wird, versteht ihr, das ist ein Wachstum in diesem Ganzen. Päumt ihr, das ist ein Rost in diesem Ganzen. Da gibt es verschiedene Stufen. Man fängt irgendwo an. Du beginnst, ну, где-то вот здесь. Und dann sieht man, jemand wird von Gott immer mehr, immer wieder gebraucht. Потом ты видишь, как Господь все больше и больше употребляет кого. Andere Menschen sehen das. Und seine Trefferquote ist hoch. Und er hat ein Verständnis, was er in der Gemeinde soll. Er baut das mit auf, was Gott bauen will. Und er wächst in so einem Dienst. Und er rastet in so einem wie служen. Vielleicht im Bereich von Seelsorge. Vielleicht im Bereich von Lobpreis. Vielleicht im Bereich von Leere. Vielleicht im Bereich von Leere. Und irgendwann ist offenbar, Gott hat ihn als Propheten in der Gemeinde gesetzt. Und darüber hinaus und es ist der Unterschied dazwischen, wenn ich koche und das schmeckt oder es geht so. oder wenn ein Koch kocht, der ausgebildet wurde, der eine Gabe hat, der gelernt hat, verwendet wurde. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Trotzdem darf jeder von euch kochen. Jeder von euch darf sein Auto reparieren. Jeder von euch darf seine Maschine remontieren. Jeder darf im Garten was machen. Deshalb bist du trotzdem kein Gärtner. Also die Propheten, von denen Paulus hier spricht. Die haben bestimmte Merkmale, über die ich sprechen möchte. Und diese Botschaft, die ich euch heute weitergebe, ist nicht meine Botschaft. Ich möchte es ganz klar vorher sagen. Ich möchte es ganz klar vorher sagen. Nicht, dass ihr denkt, woher hat er diese Weisheit. Nicht, dass ihr denkt, woher hat er diese Weisheit. Die ist nicht von mir. Hinter mir steht ein anderer Mann. За мной steht ein anderer Mann. Clem Ferris. Clem Ferris. Und er hat diese Botschaft bei uns in der Gemeinde gegeben. Und ich habe gesagt, Clem, das spricht so zu meinem Herzen. Du sprichst mir aus dem Herzen. Und er hat gesagt, Markus, du sollst diese Botschaft weitergeben. Du sollst diese Botschaft weitergeben. Und das tue ich jetzt. Ich gebe die Botschaft von Clem Ferris an euch weiter. Ich gebe die Botschaft von Clem Ferris an euch weiter. Ich habe die Erlaubnis und sogar den Auftrag von ihm. Und ich mache das nur aus dem Grund, weil ich glaube, das ist nicht seine Botschaft. Sondern ich glaube, das ist das Wort Gottes. Und diese Botschaft heißt, wo soll der Prophetische Dienst in der Zukunft hingehen? Was ist die Zukunft des Prophetischen Dienstes? Das ist mein Thema. Interessiert euch das? Interessiert euch das? Interessiert euch das? Die Zukunft des Prophetischen Dienstes? Будuщее prorocches und die Zukunft des Prophetischen Dienstes? Wie ist das? Wer von euch hat eine Schreibmaschine? Wer von euch kennt eine Schreibmaschine? Wer von euch kennt eine Schreibmaschine? Ihr wisst, die Schreibmaschine, wo man den Zettel einspannt. Und dann fängt man an zu tippen. Ihr kennt das alle noch, ja? Und was passiert, wenn du einen Fehler machst? Was machst du dann? Wegschweißen? Genau, oder? Was kannst du auch machen? Genau. Korrektur. Korrektur. Dann musst du genau die Stelle treffen. Dann musst du genau die Stelle treffen. Dann muss ich dann wieder wieder aufrufen, damit es richtig inzuzifiziert wird. Deswegen einfacher so zu machen. Genau. Aber Schreibmaschine war doch super. Aber die Schreibmaschine war doch super. Warum nehmt ihr die nicht mehr? Warum nehmt ihr die nicht mehr? Computer. Jetzt habt ihr einen Computer. Итак, у вас сейчас Computer. Okay. Wer von euch hat einen Computer? Wer von euch hat das neue Betriebssystem Windows 95? Wer arbeitet damit? Кто arbeitet еще с этой Systemой? Windows 95? Niemand? Windows 95? Das ist doch ganz neu. Das ist doch ganz neu. Windows 98. 98 Windows. Windows XP. Windows XP. Windows 7. Windows 2000 oder Windows 8. Windows 8. Windows 10. Windows 10. Есть у кого-нибудь? в августе будет. stellen fest, normalerweise ist das nächste Windows besser als das alte. мы устанавливаем, что следующий Windows он лучше, чем предыдущий. иногда. Иногда. Und das neue, das kann was, was das alte nicht konnte. И знаете, новое это то, чего старое, ну, не могло. Und es ist was ganz anderes jetzt mit mit dem Computer, mit Windows 7, sagen wir, zu arbeiten, als mit der Schreibmaschine. Und die Schreibmaschine war gut zu ihrer Zeit. Das ist ein Bild. Wir alle haben irgendwie prophetischen Dienst kennengelernt. Und das war wie eine Schreibmaschine. Und das war gut zu seiner Zeit. Es war auch nicht falsch. Es war gut. Aber wo soll das jetzt weiterhin gehen? Was ist das Update? Wo will Gott hin mit dem Prophetischen Dienst? Und ich kenne auch Prophetischen Dienst seit Jahren. und habe viel davon profitiert. Und einer meiner geistlichen Väter ist ein Prophet. Er kommt aus Neuseeland. Er ist 91 Jahre alt. Er kommt nächste Woche zu uns. Und ich freue mich schon sehr. und ich habe so viel gelernt von diesem Mann. Und er hat viel Weisheit und viel Verständnis. Und er hat viel Weisheit Er hat viel Verständnis. Aber ich habe auch festgestellt, dass er manche Dinge nicht hat. Aber ich auch gesehen, dass er in некоторых Momenten und in ihm nicht oder nicht hat. Was ist die Zukunft des Prophetischen Dienstes? Das neue Update. Das neue Windows Update. für den Prophetischen Dienst. Und es sind vier Dinge, die ich sagen möchte. Und das erste ist, der Prophetische Dienst der Zukunft wird bauen, statt nur zu segnen. Das служение будущего оно возводится, строится, чем zu segnen. Ja. оно возводится, aber nicht zu segnen, sondern bauen. Ich glaube, dass in der Vergangenheit der Prophetische Dienst ganz viel gesegnet hat. Vor allem einzelne Menschen. Und die Zielrichtung war oft einzelne Menschen zu segnen und ihnen weiter zu helfen. Und man hat sich gut gefühlt nach einer Prophetie. Ich habe mich aufgebaut gefühlt. Und ehrlich gesagt konnte ich überhaupt nicht genug kriegen vom Prophetischen die Prorocken zu haben. Ich hätte jeden Tag ein oder zwei Prophetien kriegen. hätte jeden Tag ein oder zwei Prophetien bekommen können. Und ich bin auf Konferenzen gegangen und immer wenn es Propheten gab, ich wollte auch eine Prophetie und das war auch die Herzenshaltung der Gläubigen. Ein Wort von Gott Aber habt ihr auch alle schon eine Prophetie bekommen? Wer hat schon zwei bekommen? Drei Vier Vünf Manche haben ganze Bücher voll geschrieben Also ich habe auch einige bekommen. Und ehrlich gesagt, ich könnte auch noch ein paar vertragen. Und die Zielrichtung war, ich will noch mehr. Ich will noch mehr Segen, noch mehr Prophetien. Und die Propheten haben das getan. Sie haben gesegnet. Ich glaube, die neue Zielrichtung der Propheten ist zu bauen. Wir lesen in Esra 6 Vers 14 dass die Propheten halfen den zweiten Tempel zu bauen. 6 Vers 14 Esra 6 14 Und unter der Prophetie der beiden Propheten Zachariah und Malachi haben die Leute gebaut. Unter den Prophetien der beiden Propheten haben die Leute gebaut. Und zwischen Prorokst diesen zwei Prorok die Leute 建立te ihr Ziel war dass der Tempel gebaut wird. Nicht nur dass die gesegnet wurden die Leute. Und das braucht dass die Propheten eingebunden sind in ein Verständnis das wir hier bauen. Dass wir die Gemeinde bauen. Nicht nur die Gemeinde segnen. Und deswegen stellt Paulus die Apostel und die Propheten zusammen. Mit der Hilfe des Prophetischen Dienstes soll gebaut werden in Zukunft. nicht nur gesegnet. Und was wir gesehen haben in der Vergangenheit ganz oft ist dass Propheten losgelöst von anderen Diensten Einfach prophezeit haben. Und teilweise auch Dienste prophezeit haben. Losgelöst vom Leib. Ich glaube dass es nicht gut war. Zu wenig. Es braucht ein neues Verständnis. Ich kann nicht zu diesem Arm sagen. Du bist ein wundervoller Arm. Ich prophezeie du sollst ein starker Arm werden. Du wirst einen riesigen Arm Dienst haben. Und ich prophezeie du wirst einen weltweiten Arm Dienst haben. Und dann sagt der Arm prima. Ich brauche den Rest vom Leib nicht. Und so gibt es viele freischwäbende Arme die einen wundervollen Dienst prophezeit bekommen haben. Ein Heilungsdienst. oder Schlужение Iszellение. Und dann löst man sich los vom Leib und sagt ich werde meinen Dienst bauen. Ich glaube dass es nicht für die Zukunft passt. Propheten brauchen das Verständnis. Sie bauen die Gemeinde. Und sie können nicht losgelöst von der Gemeinde prophezeien. Losgelöst von dem was gebaut wird vom Herrn. Sie können auch nicht einfach nur auf dem Parkplatz draußen prophezeien und keiner hört was sie da eigentlich sagen. Andreas für dich habe ich noch was ganz geheimes. Eine geheime Prophetie das darf keiner wissen. Sag es keinem. Sag es nicht in der Gemeinde. Nein. Die Prophetien dürfen und sollen geprüfte. должны und sogar обязаны dass du ihn in der Bibel analysierst. Man muss mit dem was prophezeit wird ins Licht kommen. Alles was in твоj жизни soll das bringe und es ist tatsächlich passiert dass über einzelne prophezeit wurde getrennt vom Leib Das ist nicht Gottes Plan ist die Gemeinde zu bauen und die Propheten bauen mit an diesem Bau proroki они строят также вот вместе sie brauchen die Propheten brauchen ein Verständnis dass sie dafür da sind нуждаются в понимании что они также здесь находятся для того чтобы совместно строить они должны быть связаны с другими служениями sie müssen verbunden sein mit der Leidenschaft der Gemeinde sie brauchen eine Baugenehmigung им надо так сказать разрешение на строительство amin das zweite ist Prophetie soll geschehen in einer Umgebung von Leidenschaft und eine Umgebung wo es eine biblische Leidenschaft gibt wo Verantwortung ist wo die Leidenschaft ein Verständnis hat ich will Menschen fördern in ihrem Dienst ich will Menschen freisetzen im Dienst und wo auf der anderen Seite Rechenschaft und Vertrauen da ist die Leidenschaft ist die Leiter haben eine Verantwortung wenn sie hören dass ein Prophet in der Gemeinde jemanden prophezeit ich sehe über dir eine Berufung für den Kinderdienst dann hat die Leidenschaft die muss das hören und man muss sich auch mit der Person zusammensetzen sagen du was denkst du ist es von Gott welche Schritte wollen wir gehen das ist ein Beispiel und auf der anderen Seite gibt es Vertrauen und Möglichkeit zu wachsen in einer Gemeinde und die ältestenschaft schaut was sind die Berufungen wie kann ich fördern und helfen zu wachsen und freisetzen diese Umgebung braucht es weil Gott hat ein Ziel mit Prophetie und wisst ihr was das Ziel Gottes mit Prophetie ist Manifestationen sind aber toll Nein Gottes Ziel ist Gehorsam Ich glaube dass in der Vergangenheit ganz oft der Fokus auf den Manifestationen war Propheten kamen und alles mögliche ist passiert Ich war in solchen Treffen Propheten und haben prophezeit und es ist was passiert Der Heilige Geist hat gewirkt Manifestationen Leute sind umgefallen Lach gelacht gehüpft getanzt geheilt bei Saul war das auch so Saul kam unter dem prophetischen Geist er hat prophezeit hat sein Hemd ausgezogen und lag vor Samuel ist am Boden gefallen und hat prophezeit den ganzen Tag und die Leute haben gesagt ist Saul auch unter den Propheten 1. Samuel 19 Abvers 23 könnt ihr das lesen müssen wir jetzt nicht lesen das steht aber ist Saul auch unter den Propheten das heißt die Propheten machen auch sowas und ich wollte ich war auch in solchen Treffen da war richtig Party im Heiligen Geist und das war toll und man wollte immer mehr immer mehr von dir immer mehr und es kamen auch Leute die haben gesagt mehr mehr und ich habe gesagt ja immer mehr und das war die Haltung der Gläubigen immer mehr mehr von dir mehr aber Gottes Plan mit Propheten ist etwas anderes ein Beispiel ein Vater hat zwei Söhne und er sagt zu seinem einen Sohn bevor er zur Arbeit geht Sohn ich möchte gerne dass du den Rasen mähst während ich wenn ich heute Abend komme möchte dass der Rasen gemäht ist und da sagt der Sohn ich habe ein persönliches Wort von meinem Vater bekommen und er geht zu seinem Bruder ich glaube der Vater liebt mich besonders und er hat mir ein persönliches Wort gegeben ich fühle mich so berührt ich fühle mich so berührt ich muss mich aber seine Stimme habe ich gehört kennt ihr sowas ich brauche noch mehr mehr von Stimme am Abend kommt der Vater was sucht er dass der Sohn verstanden hat dass er ihn liebt nein er guckt ob der Rasen gemäht ist und dann kommt der Sohn und sagt Vater ich danke dir für dein Wort hast du nicht noch ein Wort für mich und dann sagt der Vater hast du den Rasen gemäht oh das ist so einfach Gott sagt uns Dinge Gott zeigt uns eine Berufung er möchte dass wir uns dahin in Bewegung setzen es bedeutet nicht dass du wenn Gott dir was sagt sofort anfängst aber dass du einsteigst in einen Prozess von Gehorsam wenn Gott dir was zeigt will Gott dass du anfängst zu fragen wie kann das zustande kommen in meinem Leben Gott hat mir Dinge gesagt und ich habe mich darüber gefreut und habe die aufgeschrieben bitte bestätig es 2,3,4,5 mal aber was Gott wirklich von mir wollte bitte bring es zustande in meinem Leben was soll ich jetzt tun wie kann ich beten was ist mein nächster Schritt das will Gott und der Klemm hat auch mich überführt mit dem Wort wenn Gott dir was sagt für deine Gemeinde was will Herr dass die Gemeinde in den Prozess von Fragen geht und von Gebet der Herr sagt ihr sollt einen Dienst haben mit Jugendlichen wegen mir dann dann bedeutet das nicht du sagst okay wir machen jetzt hier morgen Jugendlichen Dienst der hat gesagt wir kaufen jetzt ein Haus wir haben zwar kein Geld und machen ein Schild und wir sagen Herr wie kann das in Existenz kommen was ist der nächste Schritt wie es in Erfüllung wir haben gestern gutes dazu gehört deswegen Prophetia hat eine Zielrichtung Gehorsam es hängt mit dem Bauern zusammen und das sollen die Propheten in Zukunft hervorbringen dass Menschen anfangen zu sagen ich will in meine Berufung reinkommen Herr und Propheten zeigen da da drüben sollst du hin propheten haben mir auch gesagt da drüben sollst du hin da auf den berg da drüben der Herr sagt du sollst da nun was die Propheten meistens nicht wissen und nicht können sie können dich nicht dahin bringen das können sie nicht und die wissen auch nicht was alles auf dem Weg dahin möglich sie sehen nicht wo du da durch gehen musst und was in dem Tal alles auf wartet aber es ist ganz wichtig dass wir wissen wo wir hingehen aber es ist unsere Verantwortung deine Verantwortung zu sagen Herr ich steige ein in diesen Prozess von Gehorsam und dazu braucht es andere Dienste die dir helfen hinzukommen da ist dann der Dienst des Hirtens sehr wichtig der Dienst des Lehrers wichtig ok das dritte wir brauchen profetie braucht eine langfristige Perspektive der profetische Dienst bisher hat ganz oft nur ein instant Ergebnis gewollt kurzfristige Lösung oder ein emotionales Erlebnis und auch die Gläubigen haben das gesucht eine schnelle Lösung ja das Wort Gottes redet von Jüngerschaft von Disziplin dass ich in der Gemeinde sein soll dass ich Wachstum brauche dienen Unterordnung meine persönliche Zeit mit dem Herrn das Wort Gottes studieren soll aber es gibt eine Abkürzung aber es gibt Abkürzung aber es gibt eine Abkürzung du brauchst ein richtiges prophetisches Wort und dann hast du die Abkürzung dann brauchst du das alles nicht es haben viele Leute gedacht oder habt ihr das auch schon mal gedacht hast du schon mal gedacht du auch du auch auch du auch Duh mal, ja, отвечu, ja. Ja, ja, перевod... Ja, перевod, ja, перевod, ja, перевod, ja, перевod, ja, перевod, ja. Ja, die Tose. Und wir haben gedacht, durch Prophetie können wir Jüngerschaft und all diese Prozesse umgehen. Aber das ist nicht so. Das funktioniert nicht. Das ist nicht Gottes Plan. Und Prophetie ist auch ganz oft, braucht einen langen Atem, die Erfüllung für Prophetie. Und wir machen uns kein Bild, was für einen langen Atem der Herr manchmal hat. Schaut mal, wie viele Prophetien Gott gegeben hat. Und Gott hat ganz große Geduld. Hunderte Jahre, Tausende Jahre. Und auch wir brauchen Geduld. Wie erben wir seine Verheißung? Hebräer 10, Vers 36. Durch Glauben und Geduld. 23, 26, durch Glauben und Glauben und Glauben. Das Problem ist, dass wir das alles nur im Prozess lernen. Aber die Problem ist, dass wir all das alles nur im Prozess lernen. Wisst ihr, wenn ich gewusst hätte, dass ich so alt werde, wie ich jetzt bin, Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Seit 20 Jahren. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich so alt werde, hätte ich mein Leben anders geplant. Etwas anders. Ich muss euch sagen, ich habe tatsächlich die Idee gehabt, dass der Herr 1996 wiederkommt. In 1991 habe ich die Idee gehabt. Ich habe auf die Welt geschaut und gesagt, Ich habe auf die Welt geschaut und gesagt, Und ich sagte zu meiner Freundin, Ich hatte zu der Zeit eine Freundin. Ich bin jetzt verheiratet mit ihr. Ich habe zu meiner Freundin gesagt damals, Silke, wir brauchen nicht heiraten. Der Herr kommt bald wieder. Lass uns alles für den Herrn geben. Lass uns Vollgas fahren. Schau in die Welt. Siehst du, der eisene Vorhang gefallen. Jesus kommt bald wieder. Jesus jetzt grätschert. Überall ist Erweckung. Wезде Probusten. Der Herr kommt bald. Verfolgung wird zunehmend. Der Antichrist kommt. Antichrist появляется. Und ich hatte auch Ideen, wer der Antichrist ist. Mir hat auch Ideen, wer diesem Antichrist ist. Es darf nicht auf die Aufnahme. Ich sage es nicht, es wird jetzt aufgenommen. Ich sage das nicht, nachher beim Kaffee oder so. Auf jeden Fall, ich will euch damit sagen, ich war davon überzeugt. Ich habe das irgendwie ausgerechnet. Das habe ich nicht laut gesagt, so für mich in meinem Herzen. Ich weiß ja, dass man das nicht ausrechnen darf. 1996. Wisst ihr was? Nächstes Jahr ist das 20 Jahre her. Und im nächsten Jahr schon 20 Jahre her. 20 Jahre. 20 Jahre her. Wenn mir da einer gesagt hätte, nein, nein, nein. 2015. Lebst du noch? Und Jesus ist immer noch nicht mehr. Hätte ich gesagt, niemals. Niemals. Das kann nicht sein. Woher weißt du, dass du vielleicht nicht noch 20, 30 Jahre lebst? Und Jesus nicht gekommen ist. Und vielleicht besteht die Erde noch 100 Jahre. Oder 200. Weißt du es? Wusstest du, dass Luther, Martin Luther, damit gerechnet hat, die Welt geht unter, oder der Papst ist der Antichrist? Die Welt wird die letzte Zeit. Das ist 500 Jahre her. Paulus hat gedacht. Es geht ganz kurz. Okay, wir erwarten alle den Herrn. Und das ist auch richtig. Aber trotzdem brauchen wir trotzdem, dass wir morgen den Herrn erwarten. Brauchen wir eine langfristige Perspektive. Das ist das Interessante. So sieht es aus. Und wir müssen bereit sein in die nächste Generation zu investieren. Und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das. Und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das. Ich muss in die nächste Generation investieren. Und das führt zum nächsten Punkt. Und das führt zum nächsten Punkt. Wir brauchen ein Verständnis über die Endzeit. Нам необходимо понимание, aber über das letzte Zeit oder über das Ende. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Profitier hat immer was zu tun mit einem Verständnis auch über die Endzeit. Und mit einem Verständnis von Gottes Plänen für die Endzeit. Und Profitier in Zukunft braucht ein Verständnis über Gottes Ziele in der Endzeit. Und wo wir darin stehen. Und wo wir darin stehen. Das theologische Wort ist eine eschatologische Sicht. Und das ist eine Sicht von den letzten Dingen. Das ist wichtig, dass wir das haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Frage, kommt Jesus vor der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal oder wenn Jesus vor der großen Trübsal oder wenn Jesus wer ist Gorg aus Magog und wann wird der nächste Krieg gegen Israel sein. Das ist das, womit viele sich beschäftigen. Das ist das, mit dem Menschen auch sehr viel mit dem alles mit dem alles mit dem alles Klammer auf. Es gibt eine große Mode zur Zeit. Es gibt eine große Mode sich mit der Bedeutung der Blutmonde zu beschäftigen. Das sind die Monde, die Mondfinsternisse. Und die sehen dann aus wie Blut und die prophetische Bedeutung der Mondfinsternisse für die Endzeit sind die sogenannten Blutmonde. Ich habe da letztens eine Lehre drüber gehört von einem Propheten. Es war unwahrscheinlich interessant. Aber falsch. Das meine ich damit nicht. dass wir solche Lehren bewegen und denken, wir wissen jetzt, wie alles genau abläuft in der Endzeit. Nein, ich meine damit, dass wir eine Sicht, eine Ewigkeitssicht haben. Ich möchte sagen, dass wir Leben für die Ewigkeit eine Perspektive von Ewigkeit in unserem Leben und dass wir wissen, mein Leben jetzt ist nicht der Bezugspunkt. Mein Leben jetzt ist nicht das, worauf ich schaue. Das ist nicht, worum es geht. Weil das ist das, worum sich viele Christen drehen. Mein Leben hier und jetzt meine Gesundheit, mein Auto und viele Christen in dieser Zeit, in der wir leben, in der westlichen Welt und auch, glaube ich, in euren Ländern drehen sich nur um ihr eigenes Leben. Und sie haben das Verständnis, ich bekomme Vergebung der Schuld und ich bekomme Heilung, ich bekomme Ersatz, Jesus soll mich segnen, Jesus soll mich segnen, ich werde versorgt von Jesus, ich werde irgendwie besser und erfolgreicher durch Jesus, und wenn ich tot bin, gehe ich in den ewigen Urlaub. aber das ist nicht unser Bezugspunkt. Aber das ist nicht unser Bezugspunkt. Der Bezugspunkt sind Gottes Pläne, in der Endzeit, in der Zeit, in der wir leben, in der Zeit, in der wir leben. Und das sind im Wesentlichen drei Ziele. Der erste Ziel Gottes ist, dass alle Völker sein Evangelium hören, Matthäus 28, 19, und es gibt immer noch Völker, die sein Wort nicht haben. Und wir müssen an diesem Ziel Gottes mitarbeiten. Und Propheten brauchen eine Sicht davon, wie können wir daran mitarbeiten, dass dieses Ziel erreicht wird. Und wir müssen an diesem Ziel Gottes mitarbeiten, wie können wir mitarbeiten, dass dieses Ziel erreicht wird. Das zweite Ziel Gottes ist, die Wiederherstellung seiner Gemeinde. Er will, dass die Gemeinde ohne Flecken und Runzel ist. Dass wir die Gemeinde haben, wie Gott sie sich gedacht hat. Die Frage ist, wie arbeiten wir daran mit. Davon braucht Prophetie ein Verständnis in der Zukunft. auch hier in der Zukunft und das dritte Ziel Gottes in der Endzeit ist die Sammlung und Errettung Israels. Das ist, ich müsste da einen ganzen Nachmittag drüber lernen, das kann ich nicht und will ich jetzt nicht. Aber Gottes Wort zeigt uns, dass der Herr in der letzten Zeit das Volk Israel aus allen Ländern sammelt, zurückbringt in das Land Israel das reines Wasser auf sie sprengt und ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Natürlich gilt das auch für uns. Aber diese Prophetie ist zuerst Israel gegeben und die ist noch nicht erfüllt. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Ich habe die leider nicht gesucht. Hesekiel, kannst du mal suchen. Hesekiel 32 rum, Hesekiel 36? 34, 24, 26, 24. Hört mal, was da steht. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und wir sehen, das habe ich nicht gelesen, Vers 22, wenn er zurückblättert, zu wem Gott das sagt, darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euret Willen handele ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, die Nationen, die anderen Völker, werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen und dann das Stein an der Herz wegnehmen, ein fleischendes Herz geben. Paulus sagt dasselbe. Paulus sagt uns, wann dies geschehen wird. Paulus sagt uns, wann dies geschehen wird. In Römer 10, Riemen 10, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, dass es in Israel bis zu einem Zeitpunkt bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen wird. Das bedeutet, bis alle gerettet sind außerhalb von Israel, die Gott möchte. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel wird errettet werden. Und das nimmt die Prophetien aus dem Alten Testament aus. Es gibt viele, viele, viele. Dass Gottes Plan ist, sein Volk wieder zu sammeln in Israel. Und am Schluss das ganze Volk Israel zu erretten, wenn Jesus kommt. Und wir sehen, dass das schon geschieht. Und das sind die drei Ziele Gottes, die zusammenlaufen. Und die Vollzahl der Nationen soll reinkommen. Israel wird wiederhergestellt. Die Gemeinde wird wiederhergestellt. Das sind Gottes Pläne. Und wir brauchen ein Verständnis davon, wo wir da drin stehen. Und wir brauchen ein Verständnis davon, wo wir da drin stehen. Wo stehen wir da drin heute? Wie können wir da dran mitarbeiten? Wie können wir da dran mitarbeiten? Nicht nur mein Leben, nicht nur meine Familie, nicht nur meine Gemeinde, nicht nur meine Gemeinde. Gottes Plan. Gottes ewiger Plan. Wie können wir da dran mitarbeiten? Wie können wir da dran mitarbeiten? Wie können wir da dran mitarbeiten? Diese Sicht brauchen wir. Und вот это видение, оно нужно нам. Sonst gucken wir ins Fernsehen und ins Internet. Wir werden zunehmendes Chaos sehen. Und dann kommen vielleicht die IS nach Europa. Die kommen vielleicht auf den Balkan und dann nach Deutschland oder nach Moldawien oder nach Weißrussland. Nein, Gottes Plan ist was anderes. Und davon brauchen wir eine Sicht und da reihen wir uns ein. Und Paulus hat auch so eine Sicht gehabt. Und auch Paulus hat gesehen, wo dran baue ich in Wirklichkeit hier. Er hat gesehen, wo dran baue ich hier. Wo dran baue ich hier. Und er hat viel weiter geschaut. Und dafür hat er sein Leben gegeben. Und dafür hat er seine Leben gegeben. Okay, ich denke fast. Das soll genug sein. Ich denke, wir закончieren. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich möchte noch einmal alles überreden. Der prophetische Dienst der Zukunft wird vier Merkmale haben. Der prophetische Dienst, der Grundlagen baut für die Gemeinde, gemeinsam mit den Aposteln wird vier Merkmale haben. Er wird bauen, statt zu segnen. Er wird die Gemeinde mit aufbauen. Er wird stattfinden in einer Umgebung von biblischer Leidenschaft. Er wird stattfinden in einer Umgebung von biblischer Leidenschaft. wo Menschen in einen Prozess von Gehorsam eintreten. Er hat eine langfristige Perspektive. Um Verständnis von Gottes Plänen. wo es nicht nur um unser Leben geht, wo es nicht nur um unser Leben geht, sondern um Gottes Ehre am Ende. Das ist das, was Clem Ferris uns gesagt hat. Und ich stimme von ganzem Herzen überein. Und ich glaube, dass wir solche Propheten brauchen, die das hervorbringen, die werden immer noch prophezeien. Ein Koch kocht. Ein Prophet prophezeit. Aber das ist etwas ganz anderes. Ja, er spielt nicht im Sandkasten. Sondern er baut ein Haus. Und ich sehne mich auch danach, dass solche Apostel und Propheten zusammenarbeiten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und für deinen Plan. Vater, ich danke dir dafür, dass du sagst, dass deine Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und ich danke dir für alles, was ich bekommen habe durch Propheten. Und ich danke dir für alles, was ich bekommen habe durch Propheten. mit einem größeren Verständnis von deinen Plänen. Dass dein Leib reif wird, zur Reife kommt. Und jeder in seine Berufung kommt. Vater, darum bete ich in Jesu Namen. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, Gott eine Antwort zu geben. Und neu zu sagen, Herr, ich habe diesen Weg von Gehorsam verlassen. Damit meine ich jetzt nicht Gehorsam überhaupt. Und ich habe nicht in der Lage, dass ich nicht in der Lage bin, dass ich nicht in der Lage bin, dass ich nicht in der Lage bin, sondern in der Lage bin, sondern Gehorsam gegenüber Gottes Zielen. Aber Gott hat dir vielleicht eine Idee gegeben oder eine Berufung gegeben. Ein prophetisches Wort. Er hat dir was in dein Herz gelegt. Und du hast es an die Seite gelegt. Und du hast es an die Seite gelegt. Den Ungehorsam meine ich. Und ich glaube, wir sollen neu eintreten in diesen Prozess von Gehorsam. Von Fragen, Herr. Und spрашивать, wie können deine Pläne in meinem Leben zustande kommen? Wie kann ich lernen? Wie kann ich Gehorsam sein? Ich möchte, dass die Berufung in meinem Leben zustande kommt. Und ich möchte den Preis dafür zahlen, den es kostet. In diesen Gehorsam wollen wir wieder eintreten. Und wenn ihr dafür, wenn ihr sagt, oh ja, das brauche ich auch. Ich habe auch Prophetien gesammelt und habe sie weggelegt. Ich habe auch Prophetien gesammelt und habe sie weggelegt. Dann lasst uns das doch zum Herrn sagen. Dann steht doch bitte auf, da, wo ihr seid, wo ihr sitzt und lasst uns zusammen beten. Und ihr könnt gerne dieses Gebet mitbeten, das auch in eurem Herzen ist. повторieren, wenn sie in eurem Herzen wieder errichtet werden. Vater, ich komme zurück. Vater, ich komme zurück. Vater, ich komme zurück. Otec, ich komme zurück. Zu den Worten, die du mir gegeben hast. Und Herr, ich möchte das sehen. Und Herr, ich möchte das sehen. Was du über meinem Leben gesehen hast. was du verheißen hast. Und Herr, ich möchte das, was du besagt hast. In Jesu Namen. Amen. Во имя Jesu Christa. Amen. Amen. Und Vater, ich bitte nochmal darum, dass wir wirklich eintreten in diesen Prozess von Gehorsam, in diesen Prozess von Beschlussanien. Erinnere uns an die Worte,